Ja, Mann, liebe Freunde, heute Abend in der Teufelhase, immer ein Socke, meine Freundin, Freunde, Jessica, jawohl, nur für die Socke. In München steht ein Hochbehaus, nach Freude und Häuser müssen los, damit in dieser schöne Stadt das Laster keine Chance hat. Weil jeder ist gut, den zu mir, weil Brüsi zick mich jenseit, und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut das ist die Rolle blieb, und trotzdem vor der Brüsi, sich nur künftig fliegt, ist das Skandal, der Schwerbeschöp, Skandal, der Schwerbeschöp, Skandal, 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 Brüsi. Wir haben die Kamufeldung. Echt? Ja. Ja, das macht keiner. Ja, das macht keiner. Ja, Brüsi hat ein Telefon, noch ich hab ihre Nummer schon, von der 4 und 13, 16, 8, Nachtkonjektur, die ganze Nacht, durchruftem im Hotel am Morgen, langweilen sich die Damen los, weil jeder, den die Sehnsucht hat, Der Stadt, über den